Gute Möglichkeit jetzt. Kein Abseits. Und da macht er das Tor. Herrlich, Palladino. 2 zu 1 für Juventus. 27. Minute. Raffaele Palladino mit dem sechsten Saisontreffer. Und da müssen wir natürlich noch darauf achten, ob das tatsächlich keine Abseitsposition war. Wenn das Tor regulär war, dann hat die Triestina-Abwehr aber mal richtig geschlafen. In der Mitte wird das Abseits gestellt. Aber unten, ich glaube der neue Mann, Pivotto, der hebt es auf. Und dann rutscht Peana da noch vorbei, der den Führungstreffer für Triestina noch vorbereitet hatte. Und Rossi ist chancenlos. Verdienter Führungstreffer für Juve, die natürlich selbstverständlich das Spiel völlig im Griff hatten.